Und eine weitere Runde mit dem bösen Wolf Wendel hier. Und ich sollte vielleicht mal ganz kurz, äh, wir vergessen nicht, Holz auf Ofen zu legen. Moment! Okay, dann können wir es machen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Höchst professionell. Dieses Match wurde schnell gefunden. Das davor war irgendwie mehrere Minuten Suche. Äh, ich mache wieder den Assassin, Hunter, Warrior, Assassin, Assassin. Wir haben nicht einen Mage. Ach du Scheiße. Ja, ich sehe es jetzt auch gerade erst. Und ich wünschte, ich könnte jetzt noch wechseln. Keine Ahnung, selbst noch den hier würde ich jetzt gerne noch rumschwenken. Die Runde ist eigentlich schon verloren. Ich habe nicht so geguckt. Das ist es. Ja, hätte ich jetzt kein Holz aufgelegt, hätte ich geguckt, hätte ich gesehen, was das für Bullshit ist und wäre wahrscheinlich auf eine andere Klasse gegangen. Er macht zumindestens noch Mage. Ouch, dat wird böse. Und was haben die? Oh Gott! Ein Skiller 5. Gott, Level 5, das könnte schon mal... Also wir kriegen hart auf die Fresse. Wir werden hart auf die Fresse kriegen. Oh. So was von hart. Autsch. Oh, fuck. Oh, fuck. Selbst wenn wir sinnvolle Klassen jetzt gewählt hätten, wäre das... Oh, fuck. Okay, was ist das denn? Passiv-Ur-Basic-Attack-Steal. Okay, ich glaube, das sollte ich vielleicht auch mal kaufen. Dazu noch die Boots. Those Boots are made for walking. Das ist what I do. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Drum laufe ich jetzt mal schnell ins Schuh. Zumindest versuchen, dass wir Damage-Buff kriegen. Worin der denn denn? Mana-Camp. Der will wohl den Mana haben. Ist das unser Mage? Ich glaube, ja. Dann werde ich ihm mal lieber hier helfen. Ich helfe dir, Kollege. Das ist er doch, ne? Keine Ahnung. Die Buffs sind ja, glaube ich, so... Und der erste ist weg. Ich brauche den nicht. Ich will den noch nicht. Aua. Das gab schon wieder eins. Aufes Lüsschen. Die sind doch alle hier. Ja, geil. Vor allem, wenn jetzt auch noch... Die Level-5-Skill-Ide. Ganz sicher nicht. Nein. Nix mit Slowdown. Darf ich nochmal entkommen? Nein, weg, weg, weg. Da muss ich aber ganz... Jetzt die Nive ihren... Heiß. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Nive nicht richtig... Ich hatte ja so gewusst. Geil. Einer weniger von Start an. Beschissenste Klassenwahl. Wir werden auf die Fresse kriegen. Wir werden auf die Fresse kriegen. Oder eben. Oder eben. Ähm. Ja, könnte die Scheiße da nicht... Wäre schön, wenn man die zerstören könnte. Oder wir haben jemanden, der das... Alter, ich hab... Was soll ich denn hier machen? Na, ihm... Ihmchen da versuchen zu helfen. Jo, hau die Nive! Ah, dann bin ich doch raus aus dem Mist! Nein! Du musst da nicht rein. Weg damit, weg damit! Und hier mal, dass wir den auch mal so ein bisschen einsetzen, dass der auch gelevelt wird. Und eigentlich müsste ich mich verpissen, weil sonst krieg ich gleich wieder tierisch auf die Schnauze. Ach du Kack! Und da ist die Sküller. Wir müssen auf die Seite. Wir müssen. Ah! Nee, 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 nee. Fuck you mit deinen Slowdowns. Und das ging daneben! Fall daneben! Fuck! Hätte funktionieren können. In der gesessen hätte, hätte ich sie hier hinten gehabt. Uiuiuiuiuiuiuiui. So. La 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 la. Mein übliches. Mehr habe ich, glaube ich, noch nicht so wirklich. Was bringt dir? Physical cooldown. Ich glaube, ich versuche mal, dieses Mal auf die Seite zu gehen. Oh! Wieder da! Willkommen zurück! Und da hinten geht's richtig ab. Ja, gegen drei. Gegen drei. Ja, das war dumm von mir, aber ich wollte einfach mal Schaden reinhauen. Ganz... Interessant. Da wollte ich gesagt, einfach mal Schaden kurz mal verpassen. Ey. War dumm. Mehr Geduld. Mehr dämonische Ruhe. Und Kohle habe ich sonst auch nicht. Also weiter. Und diesen komischen Kristall kann ich mir wiederholen. Okay. Oh Gott. Ähm. Back, back, back. Da sind zu viele. Ne, 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 da. Verdammt. Die wollte ich auch gar... Ich habe auf... Ich drücke auf zwei und vier kommt. Interessant. Ich hasse nichts, dass das da tut. Deswegen will ich es auf der Maus umlegen. Das war gut. Das hat sie gut gemacht, die kleine Hexe. Nein, nicht den Slowdown. Und nicht nur noch die Ketten. Jetzt renn aber auf. Ha. Autschen. Unser AFK-Spieler kämpft sich langsam schon bunter hoch. Geil. Okay, ich könnte mir jetzt zwei Sachen wieder aufwerten. Physical Power, Physical Power, Physical Power. Nee, ich glaube, das war sinnvoller. Ja, doch. Ich glaube, erst mal wäre das hier sinnvoll. Na, komm, nimm das. Lass mich. Beträg mich nicht. Ja, da sind sie alle sind. Und ich bin immer auf der Seite, wo sie alle sind. Geh mal hier. Also, sorry, Jungs. Ihr seid da eh zu zweit. Und über mir levelmäßig wahrscheinlich wieder. Ja. Na, komm. Ich hab mal wen gekillt. Jetzt muss ich nur noch wegkommen mit dem Pelz. Nein, nein. Ich hab mal wen gekillt. Aber das Wegkommen, ja, das ist mies, wenn man dann von der Kette erwischt wird. Das ist echt eine ganz schön miese Taktik. Tick-Tack. Äh, ja. Ah. So. Was hatten wir hier? Health Croc, Movement, Speed. Die wollte ich wieder haben, glaube ich. Und den Hammer können wir auch noch. So. Das hätte fast schön geklappt. Hab's erwischt. Und ja. Haben wir den Damage-Camp wieder da? Tatsache. Welchen Level hat sie? Level 11. Jo, war klar. Aber ein bisschen Schaden hat sie erst mal gefressen. Vielleicht kommt sie ja nicht davon im Schnürt. Vielleicht gibt's eh wenigstens mal wieder einen Assist. Wo bin ich denn überhaupt? Da oben. Ein Assist bisher erst. Mann. Kann ich irgendwas neben mir leisten? Kann ich gerade nichts. Weiter geht's. Es ist ja scheiße, dass wir uns so lange überhaupt halten. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass die uns einfach hoffnungslos überrennen. Das war der, der gerade schön ist. Ah, wenn ich den nicht unbedingt auf, ähm, leveln wollen würde, weil er gerade in der Rotation ist, hätte ich, glaube ich, wirklich was anderes genommen. Ah, das kann ich mir noch nicht leisten. Das kann ich mir noch nicht leisten. Aber ich... Ich glaube, ich mache jetzt mal das, dass ich dann gleich schon mal auf die zweite Richtung gehen kann. Oh, sehr schön. Ich soll zum Phönix gehen. Ich soll zum Phönix gehen. Gibt auch wieder ein bisschen Level. So. So geht ihm mal kurz vor. Komm. Nein, wo kommst du denn schon wieder her? Was ist das? Ich bin auch wieder alleine hier auf der... Unser Phönix hat angegriffen. Der Rest rennt rechts rum. Ich bin links allein und werde abgesnackt. Und jetzt kommen sie. Zumindest kam es mir gerade so vor. Ich habe jetzt hier auf die Map geachtet. Oh, XP-Camp. Gute Idee. Jut-ID. Jut-ID. Naja, leisten kann ich Gornitsch. So, ich muss jetzt mal kackendreißen... Nein, Teamplay. Sie sind gerade da. Sie kriegen auf die Fresse. Jawoll! Yeah! Yes! Jetzt schon Surrendern? Naja. Dann hätte es vielleicht auch wieder drehen können wie vorhin. Aber ich glaube es auch nicht. Ja. Hör ich auch dafür. Schade. Aber hey, zwei Kills. Auch Kleinvieh macht Mist. Auch der kleine Wolf vorhin hat man ein Kill gemacht. Ah, schade. Oh. Leider nur drei da durch. Okay, mag ich. Schade. Gott sei Dank. Es ist noch ein weiter Weg bis Level 1. Ich hoffe, ich kriege das noch hin, solange es in der Rotation ist. Was? What the fuck? Das hier verheißt nichts Gutes. Ich war der Zweitbeste für uns im Team. Da spricht er für... Okay. Da spricht wirklich Bände. Gold und... Zumindest wenn ich die... Also hier nach dem... Gehe ich mal von los, dass das die Reitfolge ist. Wie üblich wenigsten Player Damage. Wie üblich wenigsten Minion Damage. Warum mache ich so wenig Damage? Wirklich gut Damage genommen. Mit Glade Gated. Aber mit Verursacht. Der passt. Mit G... Oder ist das überhaupt? Muss ich gleich mal gucken. Mit Gated. Das Vokabel fehlt mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.